Mama, was machen wir heute? Heute wollen wir zum Schlitzschuhlaufen auf die Eisbahn nach Stellingen. Oh ja, das ist toll! Wir ziehen uns schnell warme, aber reufehme Klamotten ab. Die Preise sind hier wirklich fair. Noch günstiger wird es natürlich, wenn ihr eigene Schlitzschuh habt. Aber ausleihen gilt hier natürlich auch. Wir sind die Ersten! Juhu! Gleich kommt die Eismaschine und glättet das Eis. Juhu! Und nun geht's los. Musik ab, bitte! Schlitzschuhlaufen bringt total Spaß und macht Hunger. Wie gut, dass man hier Pommes kaufen kann. Musik ab, bitte! Musik ab, bitte! Musik ab, bitte!